Hey Leute, heute mit dem Thema, wenn du Angst hast, sie zu verlieren, dann wirst du sie auch verlieren. Vielleicht zeigt euch das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung was. Einfaches Beispiel, ihr glaubt an euer Horoskop, das sagt, dass ihr diese Woche die Frau eures Lebens kennenlernen werdet. Weil ihr daran geglaubt habt, handelt ihr von euch aus selbstsicherer und offener und das führt dazu, dass die Chance, wirklich jemanden kennenzulernen, sich erhöht. Das war jetzt natürlich ein positives Beispiel, aber wenden wir es auf die Situation an. Ob Date, Freundin, Frau oder Ex, was finden Menschen anziehend? Selbstsicherheit, Offenheit, Ehrlichkeit, die Sicherheit, die man ihnen bieten kann, auf einer Wellenlänge zu sein. Die Liste kann man endlos fortsetzen und ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber es gibt einen Grund, weshalb ihr an dieser Person interessiert seid und sie es an euch ist oder war. Und das lässt sich auf Gemeinsamkeiten runterbrechen. Wenn ihr allerdings plötzlich Unsicherheiten entwickelt, weil ihr denkt, ihr könntet sie verlieren, warum auch immer durch Eifersucht oder negative Erfahrungen in der Vergangenheit, die sie bei euch triggert, dann werdet ihr urplötzlich anders handeln, als ihr es normalerweise tun würdet und sie es von euch gewohnt ist. Klar soll euch niemals egal werden, was sie von euch denkt. Das wäre das andere Extrem. Versteht es auf keinen Fall so. Da gibt es genug Beispiele und Leute, die sich denken, ein Extrem wäre schlecht und die dann ins andere abrutschen. Was fühlt sich für euch gut und normal an? Wie würdet ihr normalerweise handeln? Im besten Fall habt ihr euch vor der Person, mit der ihr diese Bindung teilt, niemals verstellen müssen. Denn dann akzeptiert sie euch so, wie ihr seid. Das ist eine Lektion, die wir durch den ganzen Mist, den wir in der Gesellschaft und im Kino vorgelebt bekommen, im Laufe unseres Lebens erst von Grund auf neu lernen müssen. Dass wir, wenn wir uns verhalten, wie wir sind, auch Leute anziehen, die genau das akzeptieren. Aber wenn wir uns verstellen, naja, ihr könnt's euch denken, dann kommen wir in einen Kreislauf rein, in dem dieses Theater an der Tagesordnung ist. Ihr könnt dann nur, wenn ihr vollkommen alleine seid, eure Maske fallen lassen. Oder mit Leuten, die durch Zufall den Weg in euer Leben gefunden haben und die euch ebenso nehmen, wie ihr seid. Aber normalerweise wisst ihr selbst nicht, wie das denn genau sein soll. Das ist in etwa so, wie wenn ihr farbenblind ins Möbelgeschäft geht und eure Frau will von euch, dass ihr einen rosenholzfarbenen Vorhang kauft. Ihr wisst nicht, wie der Mist auszusehen hat und kommt mit was komplett anderem heim, denkt aber, das wär's. Jedenfalls, wieso der ganze Exkurs in die Richtung? Die Person, mit der euch etwas verbindet, war oder ist an euch interessiert. Eurer verletzlichsten und ehrlichsten Seite, die ihr für gewöhnlich nur ihr gegenüber öffnet. Sie hat euch wegen genau dem Maß an Aufmerksamkeit und Gemeinsamkeiten ausgesucht und ist genau deswegen bei euch geblieben. Weshalb auch immer ihr eine Angst entwickelt habt, dass ihr sie verlieren könntet. Der Grund ist ihr letzten Endes egal. Frauen ist wichtig, wie ihr handelt und sie können noch so verständnisvoll tun und sich vielleicht am Anfang sogar geschmeichelt fühlen. Unterbewusst ist ihre Reaktion darauf, der Gedanke, dass ihr euch unattraktiv gebt und das machen Frauen eine Weile mit, bevor sie sich andersweitig umschauen und ihr euch wirklich Sorgen machen müsst. Aber man steigert sich dann nach und nach in sowas rein und kann es sich selbst nicht erklären. Und ich empfehle euch bei sowas, so hart es sich anhört, eine Therapie. Und dabei geht es nicht darum, dass ihr bekloppt seid oder sonst was, sondern dass ihr eurem Partner nicht mit euren Sorgen die Ohren vollheult. Ihr seid Männer. Wenn eine Frau das macht, dann will sie meistens nur, dass ihr ihnen zuhört, die Aufmerksamkeit genießen, die das mit sich bringt. Sie will was loswerden, woran ihr teilhaben sollt. Meist reicht das schon. Ihr müsst da keine Lösungsvorschläge zum Besten geben. Klappe halten und aktiv zuhören. Aber Männer wollen eine Lösung. Wir sind in jeder Hinsicht lösungsorientiert. Ihr redet an sie ran, weil ihr eine Lösung für euer Problem mit ihnen arbeiten wollt. Dabei sitzt das Problem meistens tief in euch selbst und sie können da gar nichts machen, sondern fühlen sich in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt. Oder noch schlimmer, machtlos. Ihr heult ihnen was vor, sie können nichts tun, versuchen vielleicht was, aber in Wirklichkeit müsst ihr einfach nur mit euch selbst klarkommen. Deshalb mein Rat mit dem Therapeuten. Ihr kennt euch nicht, der verurteilt euch nicht und bei dem könnt ihr reden, 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 ohne dass es die Anziehung in eurer Beziehung schmälert. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Beziehung kaputt zu machen. Lasst doch nicht zu, dass Ehrlichkeit der Grund dafür ist, dass ihr als unattraktiv empfunden werdet. Ihr könnt ihnen sagen, dass ihr Verlustängste habt. Das ist nicht das Problem, aber erwartet von ihnen nicht die Lösung darauf. Das ist der Weg, über kurz oder lang die Beziehung in den Sand zu setzen. Ihr macht euch Sorgen und Gedanken? Dann kümmert euch drum. Aktiv. Ohne irgendwas an ihr ändern zu wollen. Denn eine Frau, die sich sicher ist, dass ihr der bestmögliche Deal für sie seid und nur Augen für euch hat, die wird euch niemals verlassen. Wieso denn auch? Aber die Arbeit fängt bei euch an. Nicht bei ihr oder bei euch beiden zusammen. Bei euch allein. Ihr seid der Indikator an Anziehung in eurer Beziehung. Seid mal ehrlich. Ihr würdet euch auch von ihr angezogen fühlen, wenn sie nichts hätte, den ganzen Tag zu Hause sitzen würde und nichts tun würde, als auf euch zu warten. Wenn ihr das als Mann macht, dann seid ihr raus. Weil euer einziger Lebensinhalt die Frau ist. Auch von dem Denken müsst ihr wegkommen. Was bietet euch eigentlich die Frau außer einem schönen Lächeln? Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Seid euch einfach eurer Verantwortung in der Beziehung bewusst. Ihr führt. Ihr bietet Lösungen an, wenn sie nötig sind. Und wenn ihr keine Lösung für euch selbst habt, wie sollt ihr dann welche für andere Probleme in eurem gemeinsamen Leben haben. Das kommt unselbstständig rüber. Und ich rede ganz sicher nicht davon, wenn man mal einen schwachen Moment hat. Den haben wir alle. Und da ist es auch in Ordnung, ihn unserer Partnerin zu zeigen. Dafür hat man sie. Man stützt sich gegenseitig. Aber wenn ihr so eine Angst entwickelt, dass sie weg sein könnte, beeinflusst das euer gesamtes Verhalten. Und diese Angst müsst ihr so schnell wie es geht loswerden. Entweder indem ihr sie euch von der Seele redet, bei jemandem, der es euch nicht unterbewusst um die Ohren haut. Oder indem ihr selbst einen Weg findet, was das Problem auslöst und das Ganze löst. Und damit meine ich nicht dem Kollegen von ihr, der auf der Firmenfeier mit ihr flirtet, eine aufs Maut zu hauen, sondern so viel attraktiver als dieser Horst zu werden, dass die Frau nicht mal ein müdes Lächeln für ihn übrig hat, sondern ihm den Eierliquen ins Gesicht kippt und mit euch abends darüber lacht, was das eigentlich für ein Vogel ist. Macht's gut und bis zum nächsten Video.